Und Sie sind auch heute wieder früh aufgestanden und haben geprobt die Aufwegbläse der Woche des Musikvereins Hofkirchen an der Trattnach. Auf dem Linzer Südbahnhofmarkt haben Sie bewiesen, dass ein Song, bei dem es ums Ausziehen geht, auch sehr anziehend sein kann. Mit dem Plüschbock Gustl hat der Musikverein Hofkirchen an der Trattnach schon im ganzen Bezirk für Aufsehen gesorgt. Heute Vormittag war das Maskottchen auch Ehrengast zusammen mit den Musikerinnen und Musikern bei Claudia Wolitsch in der Sendung Archimboldo. Joe Cocker's You Can Leave Your Head On hat bereits Kim Basinger in neuneinhalb Wochen beflügelt. In dieser Woche haben uns die Hofkirchener damit im Radio geweckt. Bravo! 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 Bravo!